Guten Abend meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von TGMN Live. Mein Name ist Bülent Bayraktar und ich bin der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg. Während der Corona-Pandemie informieren wir mit Live-Sendungen über gesellschaftlich relevante Themen. Mit dieser Sendung setzen wir unsere Reihe von Gesprächen rund um 60 Jahre Anwerberabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Republik Türkei fort. Dr. Günter Beckstein. Unser verehrter Gast heute Abend ist ein sehr wichtiger Zeitzeuge der letzten 60 Jahre und ein Polit-Urgestein. Wir werden heute Abend mit dem Studenten, CSU-Politiker, langjährigen bayerischen Innenminister, dem bayerischen Ministerpräsidenten, dem Bundesverdienstkreuzträger, Träger des Bayerischen Verdienstordens und unter anderem Nürnberger Ehrenbürger Dr. Günter Beckstein seine wichtigen Beiträge für die deutsch-türkischen Beziehungen, den nachhaltigen Austausch mit der türkischen Gemeinde und unter anderem die Städterpartnerschaften erörtern. Wir drücken gemeinsam der deutschen Nationalmannschaft weiterhin ganz fest die Daumen gegen England. Ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Beckstein nach gut 20 Jahren erneut unserer Einladung gefolgt ist. Als Vorsitzender des deutsch-türkischen Unternehmervereins TIAT lud ich ihn am 21. Oktober 2000 als Staatsminister des Innern in dem Marmorsaal des Presseclubs sein. Ein Monat nach dem ersten NSU-Mordopfer Enver Simsek in Nürnberg. Die Veranstaltung lautete, Türken Fragen, Beckstein antwortet. Heute wollen wir viele Erinnerungen und Standpunkte Revue passieren. Lieber Herr Dr. Beckstein, wie geht es Ihnen in der anhaltenden Pandemie? Ja, lieber Herr Bayraktar, persönlich geht es mir, jetzt hätte ich beinahe gesagt, zu gut. Corona hat dazu geführt, dass ich zugenommen habe. Gott sei Dank ist meine ganze Familie, meine Kinder, meine Enkel, alle gesund. Ich habe sieben Enkel, davon sechs Buben, ein Mädchen. Allesamt sind wohl auf. Und damit sagen Gott sei Dank auch durch diese furchtbare Pandemie-Krise gut gekommen. Das freut uns zu hören. Sie wurden 1943 im mittelfränkischen Herrschbrock geboren. 1962 begannen Sie Ihr Jura-Studium in Erlangen. Können Sie uns aus dem Anfang der 60er Jahre berichten? Wie waren Ihre Beobachtungen über die sogenannten Gastarbeiter? Wann haben Sie den ersten türkischen Mitbürger kennengelernt? Ja, während meines Studiums, wie Sie sagten, Jahr 62, habe ich Abitur gemacht. Danach habe ich Jura studiert, dann Bundeswehr absolviert. Das waren alles Bereiche, wo damals Gastarbeiter in Anführungszeichen noch keine Rolle gespielt haben. Ich bin 1973 allerdings Anwalt geworden. Und da habe ich dann sehr schnell mit türkischen Gastarbeitern zu tun gehabt. Allerdings noch viel mehr mit italienischen und spanischen. In der Anwaltskanzlei viele Arbeitsgerichtslagen, aber auch andere, weitere Fragen. Also seit dieser Zeit habe ich mit den Menschen zu tun, die nach Deutschland gekommen sind. Also während des Studiums hatten Sie wenig Kontakt noch mit diesen zugewanderten Gastarbeitern? Da hat es praktisch keine Rolle gespielt. Das war ja dann auch, sagen wir mal, erst in dieser Zeit ist dann das Anwägabkommen realisiert worden. Und im Studium, da hat es noch ganz vereinzelt ausländische Studenten gegeben. Aber es waren noch keine der Arbeiter aus anderen EU-Ländern oder gar außerhalb der EU an der Universität präsent. Der Name Gastarbeiter suggeriert ja, dass die neuen Arbeitnehmer nur auf Zeit in Deutschland arbeiten sollten. Wann wurde es Ihnen persönlich klar, dass diese Gastarbeiter nicht mehr zurückkehren würden? Ja, zunächst war es ja von beiden Seiten so verabredet, dass die Gastarbeiter nur eine bestimmte Zeit in Deutschland sind. Es hat in der Politik das sogenannte Rotationsprinzip gegolten. Ich selber bin 1970 das erste Mal als Kandidat für den Bayerischen Landtag angetreten. 1974 dann in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Ab dieser Zeit, wo ich war, war ich völlig stetig. Und da hat man sich natürlich dann intensiv mit den Fragen beschäftigt. Ist es das Rotationsprinzip oder das Integrationsprinzip? Es hat lange Zeit das Rotationsprinzip pro forma gegolten. Es ist dann allerdings später der Familiennachzug ermöglicht worden. Und damit war natürlich der Weg breit auf, dass es nicht etwa Leute waren, die auch für kurze Zeit, wegen mehr fünf Jahre nach Deutschland gekommen sind, sondern dann waren es faktisch Leute, die nach Deutschland zugewandert sind. Herr Beckstein, könnten Sie Ihre Kamera ein bisschen so stellen, dass man sie besser sieht? Ja, super. Jetzt, dass wir voll im Bild haben. Wie Sie schon gesagt haben, Sie haben ja recht früh mit Politik angefangen. Sie begannen ja Ihre politische Karriere auch in der Jungen Union in Nürnberg-Würth. Sie waren von 1973 bis 1978 hier Bezirksvorsitzender. Von 1961 bis 1988 war Franz-Josef Strauß CSU-Chef. Mit Sicherheit waren die politischen Standpunkte damals anders als heute. Welche Sichtweisen hatte die CSU damals zu den Gastarbeitern? Die CSU war in den Anfangsjahren ganz klar für die Frage des Rotationsprinzips. Sie hatte sich dafür eingesetzt, die Arbeitnehmer aus den anderen EU-Ländern, aber auch gerade aus der Türkei, nicht als Migranten, als dauerhafte Zuwanderer anzusehen, sondern es war das Rotationsprinzip. Das hat erst dann in den 80er Jahren sich verändert. Als Folge des Familiennachzugs große Bedeutung hat es erst in der Periode nach Franz-Josef Strauß gegeben. Franz-Josef Strauß ist 1988 verstorben. Ich bin dann 1988 auch nach seinem Tod in die Staatsregierung gekommen, ins Bayerische Innenministerium, erst als Staatssekretär. Und ab dieser Zeit habe ich mich dann auch sehr intensiv mit diesen Fragen dienstlich zu beschäftigen gehabt. Ja, hier in der Region waren Sie ja im Anschluss quasi stellvertretender Vorsitzender des CSU-Bezirksverbandes Nürnberg-Viertz-Schwarbach. Von 1991 lange Zeit bis 2008 waren Sie dann der Vorsitzende. In dieser Zeit luden Sie mich zum Beispiel nach einem Zeitungsbericht, wo ich als Brückenbauer vorgestellt worden bin, in die Jakobstraße, um mich näher kennenzulernen. Ich war sehr angetan von dieser hohen Wertschätzung. In dieser Zeit kristallisierten sich ebenfalls die Städtepartnerschaften zwischen Fürth und Marmaris, Antalya und Nürnberg, Schwabach und Kemmer. Warum haben Sie sich sehr für diese Städtepartnerschaften eingesetzt? Ich habe in der Tat in der Zeit, wo ich mich politisch engagiert habe, sehr intensiv den Kontakt zur türkischen Gemeinde gesucht. Übrigens auch zu den Moscheegemeinden, also nicht nur zur politischen türkischen Gemeinde, sondern auch zu den Moscheen. Ich hatte auch sehr bald einen Freund gefunden, Ismail Baloglu, der Vertreter der türkischen Regierung für den Tourismus war. Wir haben viele Reisen in die Türkei, gerade in den Bereich Antalya gemacht. Hier sind wir gerade ein Bild, wo ich mit Edmund Stoiber gemeinsam in der DITIB-Moschee in der Kurfürstenstraße gewesen bin. Ich habe regelmäßige Treffen dort gemacht und auch mich den Fragen von türkischen Mitbewohnern in Nürnberg gestellt, weil ich immer gesehen habe, dass es eine große Anzahl von Menschen ist, die gerade in Mürnberg wohnen, aber die noch nicht sehr in der Politik angekommen sind. Und darum habe ich die Kontakte gesucht und habe mich vielen Diskussionen dort gestellt und auch viele einzelne Fragen von Mitgliedern der türkischen Community dann gehabt und beantwortet. Daraus ist meine Neigung zur Türkei entstanden. Ich bin dann nach Antalya, das war in den 80er Jahren das erste Mal. In der Zwischenzeit bin ich über 50 Mal in der Türkei gewesen. Wahrscheinlich öfters als mancher, der türkische Eltern hatte und in Nürnberg geboren ist. Ich habe sehr, sehr viele politische Kontakte gehabt, bis hin zu Erdogan. Erdogan hat mich zweimal in Nürnberg, einmal in München besucht. Ich war auch bei ihm in Istanbul und in Ankara. Ich habe viele politische Kontakte in Ankara und Istanbul gehabt und natürlich in besonderer Weise in Antalya. Ich habe noch mehr private Kontakte in die Türkei. Ja, das ist schön zu hören, dass Sie die Kontakte noch weiterhin pflegen. Wie gesagt, auch bezugnehmend auf die Städtepartnerschaften, haben Sie auch die Region Antalya recht gut kennengelernt. Was schätzen Sie in dieser Region am meisten? Also die Region Antalya ist natürlich eine Traumgegend für einen wunderbaren Urlaub. Das Wetter ist sehr viel schöner als in Deutschland. Das Meer ist wunderbar. Das türkische Essen liebe ich sehr. Und das Allermeiste ist aber die Gastfreundschaft von Menschen in der Türkei, die ich immer wieder erlebt und erfahren durfte. Das ist also etwas, was mir sehr ans Herzen gewachsen ist. Was würden Sie als typisch türkisch einstufen? Typisch türkisch ist eine ganz große Gastfreundschaft und Offenheit gegenüber Menschen, insbesondere wenn sie aus Deutschland kommen. Auch schön zu hören. Wenn man jetzt quasi die Türken in der Türkei vergleicht mit den türkeistimmigen Türken in Deutschland, wo sehen Sie da signifikante Unterschiede? Also man darf weder die Türken in Deutschland verallgemeinern noch erst recht die Türken, die in der Türkei leben. Ich habe in der Türkei viele Menschen erlebt, die, ich war ja von Istanbul bis in die Kurdengebiete immer wieder unterwegs. Der Gegensatz zwischen der PKK und dem türkischen Staat hat viele Jahre die Türkei geprägt, aber auch große Auswirkungen in Deutschland gehabt. Wir hatten auch viele Aktivitäten der PKK in Deutschland. Ich habe die PKK, die ja in der Türkei große Anschläge gemacht hat, dann auch in Deutschland als Terrororganisation eingestuft. Und wir haben enge Kontakte auch zu den Sicherheitsbehörden in der Türkei aufgebaut. Insgesamt ist bei den Menschen, den türkischstämmigen Menschen hier, dass es viele gegeben hat, die sich toll integriert haben. Sie gehören dazu, aber wegen mir auch mein Freund Ismail Balolu, der ein erfolgreicher Arzt in Nürnberg ist. Es gibt erfolgreiche Anwälte. Es gibt auch viele erfolgreiche Frauen in der Zwischenzeit. Aber es gibt eben auch viele türkischstämmige Menschen, die es nicht geschafft haben, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Ich hoffe, die Sprache nicht ohne weiteres gelernt hat. Das waren gerade solche Menschen, die in den ersten Jahren gekommen sind und sehr, sehr hart gearbeitet haben. Das waren wirklich Arbeiter, die zum Beispiel bei Gründig nicht nur 40 Stunden gearbeitet haben, sondern oft 48 Stunden in der Woche, die bewusst Überstunden gemacht haben, um viel Geld in die Türkei schicken zu können. Und deswegen hatten sie gar keine Gelegenheit mehr, sich um die Frage Sprachkenntnisse zu kümmern. Und die haben dann ihre eigene Community gehabt. Und manchmal haben auch ihre Kinder dann eben nicht die Chancen gehabt, sich in die deutsche Sprache einzugewöhnen. Und in aller Regel ist die deutsche Sprache der Schlüssel für alle weiteren Möglichkeiten. Also es gibt hier Leute, die sich bestens integriert haben und richtige Aufsteiger geworden sind. Aber es gibt auch Menschen, die in einer Parallelgesellschaft zurückgeblieben sind und zwar es vielleicht besser hatten als in irgendeiner türkischen Fabrik, weil sie höhere Löhne gehabt haben. Aber dafür hatten sie größere Probleme, sich im Land wohlzufühlen. Und viele haben natürlich dann auch nach der türkischen Sonne Heimweh gehabt. Ja, sie sagen es ja. Sie haben ja vorhin erwähnt, sie haben immer den Kontakt zu türkischen Vereinen in Nürnberg gepflegt. Mannigfeindlich. Sie waren immer ein sehr gern gesehener Gast. Wie kann man diesen vermeintlichen Widerspruch erklären? Sie vertraten ja in ihrer Amtszeit ja auch als Innenminister teils harte Positionen gegen Ausländer. Aus dem linken Lager wurden sie ja sogar als ausländerfeindlich eingestuft. Also ich habe das nie als einen Gegensatz angesehen, enge Kontakte mit vielen hier lebenden Türken zu haben und eine konsequente Ausländerpolitik zu machen. Offengestanden habe ich auch von türkischen Freunden viele, die Zuspruch erhalten, die sich nicht, wie das bei uns in der Presse meist getan worden ist, sich mit türkischen Drogenhändlern solidarisiert haben, sondern knallhart auf der Seite unserer Polizei waren. Und ich erinnere mich auch an eine Geschichte mit einem Mehrfachstraf oder mit, es war ja laufend, dass Mehrfachstraftäter, die bei uns in der Presse sehr sympathisch dargestellt worden sind, wo allerdings viele meiner türkischen Freunde gesagt haben, wir würden noch viel strenger mit denen umgehen in der Türkei als ihr in Deutschland. Das heißt, für meine Haltung war, dass ich sage, wer sich dem Gesetzen gemäß verhält, den müssen wir mehr unterstützen, als das in der Vergangenheit war. Wir müssen den Menschen mehr Chancen geben, auch Aufsteiger zu werden. Wir müssen die Kinder fördern, dass sie in der Schule nicht nur den Mittelschulabschluss machen, sondern zumindest Realschule vielleicht Gymnasium machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen sich hier zu Hause fühlen. Aber das heißt auch, dass wir verlangen, dass man unsere Gesetze achtet. Und derjenige, der unsere Gesetze missachtet, zum Beispiel im Bereich des Drogenhandels, da hat es immer eine Community gegeben, die aus der Türkei, das war in der Türkei ein Durchgangsland für Rauschgift aus Afghanistan, aus dem Iran. Und diese Menschen haben bei uns manchmal den Medien große Sympathie gehabt, aber bei meinen Bekannten nicht. Und auch in der türkischen Gemeinde habe ich da immer wieder sehr viel Zuspruch erfahren. Offen gestanden hat es mich dann auch sehr gefreut, wie ich mehrfach türkische Auszeichnungen erhalten habe, den deutsch-türkischen Freundschaftspreis, aber auch, dass ich bei ihnen in der türkischen Gemeinde oft eingeladen war und da sehr viel Beifall erfahren habe. Ich glaube, für die meisten Türken war es durchaus verständlich, dass wir sagen, wer hier lebt, muss unsere Gesetze achten. Aber wer unsere Gesetze achtet, der muss auch alle Unterstützung des deutschen Sozialstaats erfahren. Das war auch immer meine Meinung. Ja, Sie haben ja vorhin erwähnt, dieser Fall Mehmet hat ja mehrere Monate, wenn nicht gar Jahre, sie beschäftigt. Sie haben sich ja auch später nach mehreren Jahren mit ihm in Istanbul getroffen und ausgetauscht. Wie gesagt, was war die Intention bei diesem harten Vorgehen gegen diesen Mehrfachtäter? Also bei dem Fall, der mit Mehmet bezeichnet worden ist, das war jemand, der serienweise Straftaten begangen hatte. Und nach der 45. oder 46. Straftat habe ich dann gesagt, also wenn jetzt nicht Schluss ist, dann werde ich mit aller Härte vorgehen. Und er hat dann weitere schwere Straftaten begangen. Und dann habe ich in der Tat auch gesagt, so jetzt ist Schluss. Und habe mich eingesetzt dafür, dass er nicht nur dem Staatsanwalt und dem Richter vorgeführt worden ist, sondern dass er auch ausgewiesen worden ist. Denn ich hatte gesehen, dass er die deutschen Gefängnisse ebenso wenig ernst nimmt wie die deutschen Sozialarbeiter. Und damit habe ich gesehen, dass wir mit unseren Möglichkeiten mit ihm nicht fertig werden. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand sich bei uns überhaupt nicht integriert, dann muss er eben das Land verlassen. Mein erster Ausweisungsbescheid ist von einem Gericht aufgehoben worden. Dann ist er wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat allerdings dann weitere Straftaten begangen, hat auch seine Eltern massiv bedroht. Und dann ist er wieder ausgewiesen worden. Und das hat dann auch vor den Obergerichten gehalten. Interessant übrigens, dass seinen Eltern, jedenfalls sein Vater, sehr unterstützt hat, dass wir ihn ausgewiesen haben. Wie Sie erwähnt haben, haben Sie ja mit dem Herrn Dr. Ismail Ballolo ein sehr nahes Verhältnis. Sie waren bei vielen deutsch-türkischen Veranstaltungen auch gerne Schirmherr. Was schätzen Sie an diesen Veranstaltungen, zum Beispiel dem deutsch-türkischen Medizinerball? Also der deutsch-türkische Medizinerverein hat eine ganz große Funktion. Er sorgt dafür, dass ein wissenschaftlicher Austausch zwischen den Universitäten in Antalya und der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg und mit dem Klinikum Nürnberg ist. Und jenseits des fachlichen Austauschs habe ich deswegen das für so wichtig gehalten, um in der deutschen Gesellschaft deutlich zu machen, welche Leistung türkische Migranten erbringen, die sich bei uns integrieren. Und ich sage das mal jetzt, ohne dass ich da jemand kränken will, dass eben die Türken nicht allein bei den Fließbandarbeiter bei Grundig oder die Mitarbeiter in der Müllabfuhr sind, die wir brauchen, sondern dass es auch Menschen gibt, die den Aufstieg zum Beispiel zu einem erfolgreichen Mediziner oder erfolgreichen Rechtsanwalt geschafft haben. Ich will keinesfalls falsch verstanden werden. Wir brauchen die fleißigen Türken, die zum Beispiel bei Söhr arbeiten. Wir brauchen die fleißigen Türken, die irgendwo an Fließbändern in unseren Fabriken sind. Wir sind froh, dass wir die haben. Aber für die türkische Gesellschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland ist davon geprägt und das ist ein Kennzeichen für unsere Partei, dass wir sagen, wenn es gerecht zugeht, muss jeder die Chance haben, sein Schicksal selber zu gestalten, sodass er ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein erfolgreicher Unternehmer, ein erfolgreicher Akademiker werden kann. Und das muss für den Einwanderer aus der Türkei genauso gelten, wie für den Deutschen, der in Nürnberg geboren ist oder der nach Nürnberg von Chemnitz oder von Dresden herkommt. So, ich bin ja ein Zeuge davon, wie sie sehr früh junge Multiplikatoren auch gefördert haben. Sie honorierten zum Beispiel meine Beiträge für die Gesellschaft mit sehr hochkarätigen Einladungen, wie zum Beispiel den Neujahrsempfängen in die Staatskanzlei in München. Oder ein einmaliges Erlebnis für mich. Am 15. März 2001 fand ein Staatsbankett zur Ehre in Sri Lankas Präsidentin Chandrika Kumaratunga im Kaisersaal der Residenz in München statt. Sie waren als stellvertretender Ministerpräsident Gastgeber. Ich durfte diesem Staatsbankett als Vertreter Bayerns beiwohnen. Es war eine sehr, sehr hohe Ehre für mich. Ein Erlebnis, das ich bis heute nicht vergessen kann. Genauso haben sie aber auch junge türkischstämmige Politiker in der CSU gefördert. Welche Impulse wollten sie hier setzen? Also, nochmals freut mich sehr, dass sie sich noch an so ein Erlebnis erinnern. Ich treffe immer wieder Menschen, die mir sagen, ja, das war großartig, dass du mich mitgenommen hast. Eine junge Frau hat mir, die sogar Kopftuchträgerin hat mir neulich gesagt, sie war ganz aufgeregt, weil sie wusste, dass sie die einzige Kopftuchträgerin in München bei einem Empfang war. Aber es war mir ein Anliegen, dass Menschen in Nürnberg sehen, wie wir unsere Demokratie gestalten. Und ich will hier das sagen, das ist auch deutlich anders gestaltet, als ich das in der Türkei erlebt habe. Die türkischen Politiker empfinden sich sehr viel stärker als Vertreter der Obrigkeit. Während die Menschen in Deutschland sehr stark sich als Diener der Allgemeinheit verstehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen. Ich war in einem Wahlkampf, bin ich von Haustür zu Haustür gegangen. Das habe ich dem damaligen Innenminister der Türkei erzählt. Der hat es für völlig ausgeschlossen gehalten, wie ich dem gesagt habe, dass ich als Innenminister ohne Polizeischutz in Nürnberg-Gostenhof die Menschen besucht habe und dafür geworben habe, zur Wahl zu gehen und mich zu wählen, dass man Informationsstände macht, dass man Leute zu Veranstaltungen einlädt und dass man den Kontakt sucht und nicht nur über Medien oder über offizielle Verlautbarungen den Kontakt pflegt. Ich glaube, da ist die Situation in Deutschland sehr viel stärker auf Gleichberechtigung ausgerichtet, als die Türkei, die die Autorität dafür stärker in den Mittelpunkt stellt. Ja, das sind halt leider die Unterschiede zwischen den Ländern. Wie Sie vorhin auch erwähnt haben, haben Sie ja zwei Preise erhalten. 2010 den deutsch-dürkischen Freundschaftspreis und 2018 den deutsch-dürkischen Dialogpreis des deutsch-dürkischen Unternehmervereins in der Metropolregion Nürnberg, unserem Mitgliedsverein Tiat. Freut man sich über solche Auszeichnungen, auch wenn man bereits seit 1984 Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande ist oder weitere zahlreiche hochrangige Auszeichnungen bereits entgegennehmen konnte? Offen gestanden habe ich mich über die beiden Preise mehr gefreut, als über die Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes oder des Bayerischen Verdienstortens. Denn beide Auszeichnungen haben mit der Dauer meines politischen Engagements und mit Ämtern zu tun, sodass man die dann vielleicht fast automatisch kriegt. Während die beiden Preise von der türkischen Community gezeigt haben, dass meine Bestrebungen, Kontakt zu den hier lebenden Türken zu kriegen, erwidert worden sind und auch dankbar aufgenommen worden sind und erwidert worden sind. Ich habe ja hier wirklich auch viele Freunde gefunden in der türkischen Community und habe dafür gesorgt, dass bei uns auf der Stadtratsliste immer wieder auch türkischstämmige aufgestellt worden sind. Das war nicht sehr erfolgreich, weil die Wähler nicht so fortschrittlich waren wie ich. Aber ich habe da über diese Auszeichnungen mich wirklich sehr gefreut, aber auch für die vielen Gespräche, die da entstanden sind. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Jetzt ein paar brisante Themen. Das ist das türkische Generalkonsulat in München. Im Jahre 1993 überfiel die PKK, das türkische Generalkonsulat in München. Sie waren gerade mal eine Woche als Innenminister im Amt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Besetzung und die Geiselnahme? Also das war eine furchtbare Geschichte. Sie haben es erwähnt, ich bin erst ganz kurz Innenminister gewesen und dann ist das türkische Generalkonsulat besetzt worden. Es hat nicht lange gedauert. Dann hat mich der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl angerufen und hat mir gesagt, Herr Beckstein, Sie sind Innenminister. Soeben ruft mich der türkische Präsident an, er wartet, dass das türkische Generalkonsul von den Terroristen schnellstens befreit wird. Und Kohl hat hinzugefügt und ich erwarte, dass das ohne Blutvergießen erfolgt. Da habe ich ihn gefragt, wie soll ich das machen? Dann sagt der Herr Kanzler Kohl, Herr Beckstein, das ist Ihre alleinige Verantwortung. Sie sind Innenminister, Sie haben dafür zu sorgen und Sie müssen garantieren, dass das erfolgt. Das war eine ungeheure Herausforderung. Ich habe dann Kontakte aufgenommen. Wir haben Spezialeinheiten eingesetzt, haben deutlich gemacht, dass wir in jedem Fall das Generalkonsulat von den Besetzern befreien werden, wie es die türkische Regierung verlangt hat. Ich habe selber mit einem Repräsentanten der Besetzer gesprochen und habe gesagt, ich empfehle Ihnen dringend, gehen Sie raus. Das ist für Sie einfach der richtige Weg. Sie wollten ein Zeichen setzen. Das Zeichen ist allein durch die Meldungen gesetzt. Eine gewaltsame Räubung wird Sie jede Sympathie kosten. Und dabei ist es mir gelungen, dass die freiwillig gegangen sind und dann von uns festgenommen worden sind und es nicht zu einer gewaltsamen Räumung gekommen ist. Ich bin heute noch dankbar, dass das so gelungen ist. Wir hatten allerdings dann immer wieder von der PKK Aktionen, die hat die Autobahn bei Augsburg mal blockiert. Das hat mich noch viel mehr geärgert. Wir wussten, dass sie auch immer Erpressungen in der türkischen Community hat, dass sie Schutzgelder von Kaufleuten erpresst. Das haben wir als ganz systematische, organisierte Kriminalität angesehen. Und deswegen haben wir die PKK hier engagiert bekämpft. Auch wenn ich sage, dass es ein großes Anliegen ist, die Situation der Kurden im Osten der Türkei so zu befrieden, dass die Kurden gerne türkische Staatsbürger sind. Das ist eine große Aufgabe, die die Türkei noch nicht ordentlich gelöst hat. In der Tat. Da waren wir ja schon auf dem richtigen Weg. Aber leider Gottes ist da irgendein Verkehrsunfall passiert. Und die Thematik beschäftigt die Türkei seit den 80er Jahren. Nicht nur die Türkei, sondern natürlich auch die Innenpolitik in Deutschland. Sie haben ja dann, da gab es ja auch, glaube ich, auch mal Besetzung von der CSU-Parteizentrale durch die PKK. Durch diese Anhäufung dieser Taten haben sie ja als erster Innenminister die PKK verboten. Sie haben ja dann auch ziemlich große Schlagzeilen in der Türkei gemacht, positive Schlagzeilen. Bravo, Beckstein hieß es. Warum war es so schwierig, ein einheitliches Verbot in ganz Deutschland und in Europa gegen die Terrororganisation PKK durchzusetzen? Es hat viele Sympathien für das Anliegen der Kurden gegeben. Die Kurden sind natürlich in der Tat ja auch nach dem Ersten Weltkrieg nicht in einer befriedigenden Weise staatsrechtlich gelöst worden. Kurden sind im Iran, im Irak, in Syrien, in der Türkei. Da gibt es auch viele Sympathien bis hin aus den Geschichten von Karl May, die man in seiner Jugendzeit liest. Und viele Menschen haben nicht gesehen, dass die PKK durchaus berechtigte Anliegen haben mag, aber dass es nicht zulässig ist, das mit terroristischen und verbrecherischen Methoden zu machen. Und von daher habe ich mich gegen diese verbrecherischen Methoden gewendet, habe mich näher mit beschäftigt. Und in der Türkei sind ja über 30.000 Menschen ums Leben gekommen bei Anstrengen der PKK. Und das habe ich als einer der wenigen deutschen Politiker gesehen. Ich war öfters in der Türkei, habe mich intensiv damit beschäftigt. Und darum habe ich gesagt, es muss bei allen Gesprächen, habe ich gesagt, versucht zu einer friedlichen Lösung des Kontenkonflikts zu kommen. Aber genau mit der gleichen Konsequenz habe ich gesagt, Terror ist nicht erlaubt, schon gleich nicht, wenn er nach Deutschland gebracht wird oder nach Europa. Und deswegen haben wir die PKK verboten und das auch konsequent umgesetzt. Übrigens haben auch viele Türken in Nürnberg mir, wenn es mir unter vier Augen waren, gesagt, Gott sei Dank haben wir jetzt das Los, dass wir Schutzgelder erpresst werden und dass wir bedroht werden, wenn wir nicht die PKK unterstützen. Ja, da muss man aber auch natürlich auch ein bisschen kritisch sagen, dass nicht jeder Kurde die PKK unterstützt. Es sind ja Millionen von Kurden in der Türkei, die als türkische Staatsbürger gut integriert sind. Und es wird manchmal hier auch in den Medien verzerrt, dass quasi die PKK mit den Kurden gleichgestellt wird. Die PKK, wie sie auch eben verboten haben, ist eine Terrororganisation. Und davon differenziert betrachtet muss man die Rechte der Kurden sehen, die in der Türkei leben und natürlich die dann dann rechtsstaatlich sich dafür einsetzen. Nächste Thematik. So, hier sitzen Sie im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Wir haben leider fünf Mordopfer in Bayern während Ihrer Amtszeit durch NSU-Terroristen zu beklagen. Sie hatten die Bekämpfung des Terrors immer als oberstes Ziel gesetzt. Was würden Sie im Nachhinein betrachtet bei der Aufklärung der Taten besser machen? Also wir haben, wie diese NSU-Morde waren, ab dem zweiten Mord war ich massiv sensibilisiert, weil die Morde ja immer mit derselben Waffe begangen waren. Und damit wussten wir, dass es schwerst Kriminelle sind. Wir hatten deswegen die größte Untersuchungskommission bei der Polizei, die wir jemals bei der Polizei hatten, eingesetzt. Das waren in der Spitze 130 Kriminalbeamte, die hier Vollzeit gearbeitet haben und die Täter zu suchen. Wir hatten das erste Mal in Deutschland überhaupt Polizeibeamte aus der Türkei mit in diese Gruppen eingesetzt. Und wir haben wirklich fast alles, was man sich nur vorstellen kann, unternommen, aber haben die Täter nicht gefunden. Ich habe das mehrfach als die größte Niederlage des Rechtsstaats, die ich erlebt habe, bezeichnet, dass wir diese Mörder nicht gefunden haben. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die aus allen Fahndungslisten herausgefallen sind, wie sie von Thieringen weggegangen sind, obwohl sie dort einen Sprengstoff hantiert hatten und deswegen gesucht worden sind, waren sie nirgends in einer der drei verzeichnet. Obwohl wir alle, die in Bayern als Rechtsextreme bekannt waren, zum Beispiel auch nur als Mitglieder der Republikaner, haben wir untersucht, ob die das mit dem Mord zu tun hatten. Wir haben da keine einzige Spur gefunden. Erst wie es dann die Verresten selber sich ja dann Selbstmord begangen hatten, dann ist die ganze Geschichte aufgedeckt worden, die Zusammenhänge sind dann alle klar geworden. Es war furchtbar, dass wir trotz jedem erdenklichen Aufwands keine Spuren gefunden haben. Ich habe die erste Kommission ersetzt, wie die nicht erfolgreich war, durch eine zweite Kommission, aber auch die hat keine besseren Ergebnisse gehabt. Im Nachhinein wissen wir, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern nicht optimal war, also zwischen Bayern, Thüringen und Hessen. Und wir wissen auch, dass die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Verfassungsschutz nicht funktioniert hat. Allerdings zum Teil war das wegen gesetzlicher Vorgaben auch sehr schwierig. Weil wir das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz haben. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang versucht, dass wir gemeinsame Arbeitsgruppen in Berlin machen, sodass wir gemeinsame Lageeinschätzungen machen, um Terroristen im Bereich Rechtsextremer zu bekämpfen. Da waren sämtliche Sicherheitsbehörden zusammengefasst in einer Arbeitsgruppe gegen Rechtsextremisten, eine andere gegen Linksextremisten, die haben eine gegen islamistischen Terror gehabt. Das war allerdings dann etwas, was erst in den Jahren 2001 bis 2005 systematisch eingeführt worden ist. Aber wie gesagt, das hat alles für die NSU-Morde nichts gebracht. Es ist furchtbar, dass es nicht gelungen ist, die Täter vorher dingfest zu machen, sondern erst wie die selber bei einem Raubüberfall entdeckt worden sind und sich umgebracht haben, bis die Aufklärung erfolgt. Ja, hier kommt jetzt eine Frage vom Herrn Akbaba, den kennen Sie auch persönlich, der für verschiedene Zeitungen in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Aktuell schreibt er für die Sabach und verfolgt diesen Fall um die Heilpraktikerin Susanne G., die quasi mit einer Munition die Röthenbacher Moschee bedroht hat. Er schreibt, was denken Sie über den Zusammenhang zwischen NSU und Susanne G.? Es zeigt, dass die Susanne nicht allein reagiert hat. Wehren Sie dafür, dass die Akten von NSU wieder offengelegt werden? Schöne Grüße aus Weiden, schreibt er. Also ich habe ja immer gesagt, dass ich überzeugt bin. Ich habe keine Beweise dafür. Aber ich bin überzeugt, dass es im Raum Nürnberg Mittäter gegeben haben muss. Aber wir selber als bayerische Polizei haben diese Mittäter nicht gefunden. Und der Generalbundesanwalt, der ja eigene Ermittlungen geführt hat, ebenso wenig wie das Gericht, dass dann Frau Zschäpe in einem vier Jahre dauernden Prozess, der über 60 Millionen Euro gekostet hat. Aber auch die haben die Zusammenhänge nicht befriedigend aufklären können. Die Susanne G. ist ja nach meiner Kenntnis im Moment in einem Gerichtsverfahren in München verwickelt. Ich hoffe, dass es da gelingt, weitere Zusammenhänge aufzuklären. Mit der Frage, welche Akten aufgelegt werden können und öffengelegt werden können, da will ich mich nicht äußern, weil ich nicht ein Risiko eingehen will, dass wir Formfehler machen und dass wegen Formfehler dann ein solcher Prozess platzt. Das war ja auch die große Sorge, die der Vorsitzende Richter bei dem NSU-Prozess hatte, dass er nicht einen Fehler macht, sodass das Urteil aufgehoben wird. Wäre er furchtbar gewesen, wenn nach vier Jahren Verhandlungsdauer und hunderten von Prozestagen wegen Formfehler so etwas neu aufgerollt werden muss. Und das gilt natürlich in entsprechender Weise auch für jetzt anhängige Verfahren. Aber insgesamt nochmal, ich bin nicht zufrieden. Auch der Generalbundesanwalt hat die Taten nicht ordentlich aufklären können. Jetzt sage ich ganz bewusst, ich weiß, dass ich da manchen Ihrer Zuschauer ärgere. Das ist leider bei politischen Straftaten nicht eine einzigartige Weise. Sie wissen, dass wir in den 80er Jahren in Deutschland die RAF hatten. Und auch bei der RAF sind Morde bis heute noch nicht aufgeklärt worden. Bei Morden ist das ganz typisch, entweder sie werden relativ schnell aufgeklärt und vollständig oder je länger das dauert, desto schwieriger wird die Aufklärung solcher Verbrechen auf Dauer. Leider. Da haben Sie sich quasi letztlich auch kritisch geäußert. Und wie Sie vorhin erwähnt haben, haben Sie Herrn Erdogan ja auch persönlich kennengelernt. Sie kennen ihn recht gut all die Jahre. Wie hat sich das Verhältnis all die Jahre entwickelt? Wie stufen Sie den Einfluss auf die Deutsch-Türken in den letzten Jahren ein? Also ich sage hier ganz offen meine persönliche Meinung und kann nicht für die CSU, nicht für die Regierung sprechen. Und ich will schon gleich nicht die türkischstämmigen oder die türkische Gemeinde ärgern. Ich sage, in den ersten Jahren hat Herr Erdogan für mich eine sehr überzeugende Politik betrieben. Die wirtschaftlichen Erfolge in der Türkei waren groß. Ich habe allerdings den Eindruck, dass er immer autoritärer geworden ist und vieles auch getan hat, was die Türkei intern nicht befriedet hat, sondern was zu größeren Schwierigkeiten geführt hat. Die Polarisierung in der Türkei zwischen der AKP-Partei und den anderen Parteien ist größer geworden. Und das war nach dem Putschversuch, hatte sich das noch weiter massiv erweitert. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Herr Erdogan sich leider in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark von der Europäischen Union entfernt und selber träumen nachhängt, dass er der große Islamistenführer im Nahen Osten wird. Und das ist nicht gut für die Türkei und gleich nicht gut für die in Deutschland lebenden Türken. Aber wie gesagt, anfangs habe ich ihn geschätzt, aber in der Zwischenzeit sehe ich seine Politik sehr kritisch. Sie haben ja all die Jahre auch die Entwicklungen in der Türkei mitverfolgt, auch das Bild auf den Straßen. Wie hat sich das Bild in der Türkei verändert? Die Türkei war ursprünglich in den Bereichen, die ich erlebt habe, Istanbul oder Antalya, völlig liberale Rechtsstaaten, wie wir sie in Deutschland oder Frankreich kennen. Aber gerade in der Zeit nach dem Putsch hat sich vieles verändert. Es ist die Pressefreiheit attackiert worden, die Demonstrationsfreiheit attackiert worden. Die AKP-Partei hat auch, jetzt sage ich mal, relativ strenge Gesetze, Stichwort Kopftuch und ähnliche Bereiche gemacht, so dass sich meines Erachtens die Türkei hier ein Stück von der EU entfernt hat, was zum Nachteil auch der meisten Menschen ist. Gerade die Menschen, die aus der Türkei stammen und in Deutschland wohnen, wollen möglichst unkomplizierte Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Und das ist schwierig geworden. Allerdings sage ich auch, die Türkei leistet Ungeheures bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien. Und da ist es gut, dass die Europäische Union das mit Geld unterstützt. Allerdings wäre es meines Erachtens richtiger, wenn Herr Antalya nicht selber in Syrien versucht, mit Truppen selber einzugreifen, sondern eine Lösung für den Syrien-Konflikt im Einvernehmen mit allen wichtigen Ländern der Welt zu suchen und nicht auf eigene Faust versucht, hier selber Weltpolitik zu gestalten. Okay, haben wir zur Kenntnis genommen. Und ich sehe mit Sorge, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei im Moment nicht gut ist. Die türkische Lira hat sehr an Wert verloren. Und damit sind die Menschen, die in der Türkei leben, ärmer geworden. Und die Türkei war auf einem ganz tollen Weg. Und das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden. Damit leide ich mich. Das muss man, denke ich mal, die Epoche Erdogan in mehrere Zeitachsen teilen. Am Anfang sehr progressiv Richtung Europa zugewandt. Und dann eben die Wende mit den Folgen, die wir jetzt dann quasi sehen. Eine der letzten Fragen. Ihre Nachfolger sind wieder aus Nürnberg und Erlangen. Dann neben ihnen hockt ein hübscher Bursche namens Dr. Markus Söder. Und dann auf der anderen Seite Joachim Herrmann, quasi der Ministerpräsident, wird aus Nürnberg gestellt. Der Innenminister wieder aus Franken. Und quasi bei Joachim Herrmann ist es ja die Wahlheimat Franken. Bei Ihnen, sie sind ja Ur-Franke. Gibt es tatsächlich einen Kampf in der Politik zwischen dem erzkatholischen Urbayern und dem protestantischen Franken? Also natürlich ist die CSU ursprünglich in Altbayern stärker verankert, in Oberbayern. Und Oberbayern ist katholisch, wir in Franken sind protestantisch. Aber dass ich 2007 Ministerpräsident geworden bin und Markus Söder dann 2018 jetzt Ministerpräsident geworden ist, zeigt ja, dass auch in der CSU die Franken eine große Bedeutung haben. Markus Söder ist Ministerpräsident und Parteivorsitzender und hat eine hohe Macht. Die CSU führt eher mit sehr starken eigenen Impulsen. Das bedeutet, dass die CSU in der Zwischenzeit sehr stark fränkisch geprägt ist. Zumal Joachim Herrmann, der ja hier auf der rechten Seite neben Markus Söder sitzt, als Innenminister, der ist auch gleichzeitig Vizeministerpräsident, auch der Stellvertreter ist aus Franken, das ist etwas Außergewöhnliches. Wir hatten früher immer verlangt, wenn der Ministerpräsident aus Oberbayern ist, dass ein Stellvertreter aus Franken kommt. Söder hat den Joachim Herrmann als Person zu seinem Stellvertreter. Das zeigt, dass im Moment die CSU fränkisch spricht. Ja, ich habe mich auch heute bewusst für Franken entschieden, rot-weiß. Und ich will das auch sagen, dass meine Kontaktfreudigkeit zur türkischen Gemeinde sich sowohl auf Markus Söder als auch auf Joachim Herrmann übertragen hat. Beide suchen enge Kontakte zur türkischen Gemeinde. Beide haben beispielsweise auch wiederholt Moscheen besucht. Wir haben uns für die Frage Sicherheit der Muslime und Sicherheit von Moscheen sehr eingesetzt. Und ich sehe das mit Freude, dass meine Nachfolger das weitermachen. Denn wenn ein Mensch aus der Türkei stammt, muss er genauso viel Sicherheit haben, wie wenn er aus der Oberpfalz stammt. Ja, wir sind da auch sehr dankbar. Herr Minister Herrmann hat ja die türkische Gemeinde vor Ort hier besucht. Wir sind in einem sehr guten, regen Austausch. Er stand auch freundlicherweise für ein TGMN-Live-Gespräch zur Verfügung. Also wir sind dankbar für diese Beziehungen. Wie Sie gesagt haben, auch unser Nürnberger Ministerpräsident kennt die Community sehr gut. Und kennt die Probleme auch recht gut. Und wenn es da immer Handlungsbedarf gibt, dann ist er stets zur Stelle. Da sind wir auch dankbar. Mir hat neulich ein Mensch aus seiner Umgebung gesagt, manchmal ärgern sich Leute, dass ein Vertreter eines türkischen Vereins schneller einen Termin bekommt, als ein Vertreter eines Vereins aus der Oberpfalz oder aus Niederbayern. Lass mich mal so stehen. Nein, wir wollen, wir wollen, er will den Kontakt haben. Und ich halte das auch für wichtig, denn die Einheimischen können sich leichter selber ihre Kontakte suchen. Bei Menschen, die aus der Türkei stammen, ist das nicht so einfach. Und deswegen müssen wir als Politiker da besonders auch auf Türkei-Stämmige zugehen. Herzlichen Dank für diesen Einsatz. Jetzt die letzte Frage. Das hängt mit einem Zitat von Ihnen zusammen. Sie haben mal gesagt, wir brauchen mehr Ausländer, die uns nützen und weniger, die uns ausnützen. Das ist ja, denke ich mal, auch eine Anspielung auf die Steuerung der Migration, die Deutschland definitiv braucht. Also ich habe mich in einem Gespräch mit unserem Bischof verpflichtet, diesen Spruch nicht weiter zu benutzen, weil er missverständlich ist. Er ist missverständlich, dass es nützliche und unnützliche Ausländer gibt. Das meine ich nicht. Sondern was ich ansprechen wollte, ist, dass es schon einen zehntausendfachen Missbrauch des Asylrechts gibt, wo Leute Asyl rufen und in Wirklichkeit Sozialhilfe meinen. Die kommen nach Deutschland und sagen, wir wollen Asyl und in Wirklichkeit wollen sie die Sozialleistungen. Und das ist etwas, was, wenn das sind Einzelfällen, würde man das nie verhindern können. Aber das ist jedes Jahr in Zehntausenden von Fällen passiert. Wir hatten Zeiten, wo die Asylantragsteller weniger als fünf Prozent der Anträge bewilligt worden sind. Und das ist etwas, was übrigens gerade insgesamt auch den hier lebenden Ausländern sehr geschadet hat. Weil die meisten, die hier leben, Sie wissen das als türkische Gemeinde besser. Die Menschen, die bei Ihnen in der türkischen Gemeinde sind, arbeiten in der Regel rein körperlich härter als die meisten Deutschen. Und sie kriegen weniger als viele Deutsche, die bessere Jobs haben und müssen dann trotzdem hohe Sozialabgaben und Steuern bezahlen. Also ich sage, wir brauchen Ausländer, die in der Tat, wir aussuchen, die Steuerung der Zuwanderung ist notwendig. Wir brauchen Ausländer, die nach Deutschland kommen und von IT-Fachkräften bis zu Ärzten, bis zu Pflegekräften sind. Oder auch zu Facharbeitern in Firmen. Aber wir brauchen nicht solche, die Asyl rufen und in Wirklichkeit Sozialhilfe meinen. Wer wirklich verfolgt ist, den werden wir immer aufnehmen. Aber wenn Leute das Asylrecht missbrauchen, um Zugang zu Sozialsystemen zu haben, das muss verhindert werden. Da haben wir auch dieses Zitat quasi zurecht gebogen. Ich habe das auch genau in dieser Richtung verstanden. Aber wie Sie auch gesagt haben, kann es auch von bestimmten Personen missverstanden werden. Also da gibt es natürlich in der Politik schon auch Leute, die sowas ganz bewusst missverstehen. Das war immer ein Thema, wobei ich sagen muss, ich hatte ja immer ganz ausgezeichnete Wahlergebnisse. Die Wahlergebnisse waren viel besser als die Überschriften in Zeitungen. Und ich weiß auch, dass viele Türken mich gewählt haben. Ich bin auch dafür sehr dankbar. Ich erlebe es heute noch, dass mich, wenn ich durch die Straßen gehe, jemand anspricht und sagt, also Herr Beckstein und am Akzent merkt man, dass es jemand ist, der in der Türkei geboren worden ist oder vielleicht auch erst vor einigen Jahren aus der Türkei gekommen ist. Da bin ich besonders froh und stolz, weil ich die Kontakte da suche. Ich freue mich auch, wenn endlich nach der Corona-Pandemie der deutsch-türkische Medizin dabei wieder stattfinden kann. Ich will auch wieder mal nach Antalya oder sonst in die Türkei fahren. Ich will Kontakte haben, dass man auch in der türkischen Community sich treffen kann. Also von daher hoffe ich sehr, dass bald wieder Normalität eintritt. Ja, apropos Wahlverhalten. Vor Jahren war Herr Cem Özdemir hier in Schwabach. Der hatte dann konstatiert, dass eigentlich der größte Bevölkerungsanteil der klassischen Gastarbeiter eher die CDU, CSU wählen würde. Nur aus ihren quasi Wertvorstellungen. Er hat eben gesagt, nur das C vorne ist problematisch. Aber die CSU, CDU hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr positiv verändert. Die C steht mittlerweile für christliche Werte, für humanitäre Werte, sodass sich dann auch sehr viele türkischstämmige sehr wohl in der CSU fühlen. Ja, ich bin überzeugt, dass auch gerade viele türkische Unternehmer sich eher bei der CSU aufgehoben fühlen, als wegen mir bei der SPD oder auch bei den Grünen. Ich weiß, dass viele Menschen, gerade auch eine Familienpolitik wie Sie, wir haben, dass die Eltern sich um die Kinder kümmern sollen, dass man die Kinder und deren Erziehung sehr fördert, dass das gerade auch für den türkischstämmigen ein großes Anliegen ist, sodass ich auch überzeugt bin, dass viele türkischstämmige Menschen auch bei uns politisch gut aufgehoben sind. Das ist sogar mit einer aktuellen wissenschaftlichen Studie belegt, dass immer mehr Türken konservativ CDU, CSU wählen. Also ich freue mich darüber, aber ich sage, unabhängig davon ist es eine notwendige Aufgabe für einen Politiker, dass er sich mit den Menschen, die in unserem Land dauerhaft leben und eher Probleme haben oder Probleme haben können, sich zu artikulieren. Da muss man mehr den Kontakt suchen als bei solchen Verbänden, die von sich aus Lautsprecher sind und selber die Medien bestimmen. Ja, ich meine, in dieser Studie wird auch belegt, dass je höher der Integrationsgrad ist, desto mehr eben dieser Zuspruch für die Unionsparteien. Und Sie haben das ja immer wieder betont, Integration ist quasi Schlüssel für die erfolgreiche Teilhabe in dieser Gesellschaft. Und ich habe das auch immer gesagt, habe immer wieder aufgerufen, dass wenn ich in der Moschee in der Kurfürstenstraße war, dass die Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Und dass sie wenigstens dafür sorgen sollen, dass die Kinder Deutsch lernen, dass die Kinder weiterführende Schulen besuchen sollen, dass die Eltern es unterstützen, wenn die Kinder ein Studium machen wollen oder eine qualifizierte Lehre. Wenn einer guter Handwerker ist, verdient er mindestens so viel wie jemand, der irgendein theoretisches Studium hat. Aber dass man muss den Antrieb haben, sich weiterzuentwickeln, die Chancen der sozialen Marktwirtschaft zu nutzen, das ist etwas, was ich auch sehe, mit großer Freude sehe. Da sind ja enorme Fortschritte in den letzten 20 Jahren entstanden. Sie sind übrigens, Herr Bayraktar, ein besonderes Beispiel ja auch dafür, von jemandem, der auch die Chancen genutzt hat. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich bin Ihnen auch dankbar für dieses Gespräch heute, die Sie freundlicherweise auch sofort angenommen haben. Vielen Dank für die sehr wertvollen, aber auch privaten Einblicke. Die letzten Schlussworte gehören Ihnen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Sie haben mir durch dieses Gespräch erspart, dass ich die Niederlage der deutschen Mannschaft anschauen musste, die ausgeschieden ist. Ja, aber mir war es offen gestanden, obwohl ich ein Fußballfan bin, offen gestanden war mir das Gespräch mit Ihnen wichtiger als das Fußballspiel. Zumal ich auch weiß, dass nicht nur Sie selber, sondern auch viele Ihrer Mitglieder das verfolgen. Und ich kann auch nur Mut machen, wenn irgendjemand noch Fragen an mich hat, dass er das, Sie haben eine Mailadresse, Sie können die auch weitergeben, dass Sie die an mich geben. Ich bin nicht mehr aktiv in der Politik, aber wenn jemand Fragen, Sorgen hat, bin ich gerne bereit, soweit ich es machen kann, noch zu helfen. Ich will diesen Kontakt zur türkischen Community unbedingt aufrechterhalten. Er hat mich über Jahrzehnte geprägt. Ich habe so viele liebe, nette, interessante Menschen kennengelernt und bin dafür sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Das wünsche ich auch. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Restabend. Schöne Grüße an Ihre Frau Marga Beckstein und natürlich auch Familie. Danke schön, einen schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Schöne Grüße an Ihre Frau Marga Beckstein. Vielen Dank.